Herzlich willkommen zurück. Wir haben uns in den vorigen Videos für eine schöne Funktion f, eine Strategie zur Berechnung der Steigung der Tangente von f im Punkt a mit Koordinaten x0 und f von x0 zurechtgelegt und wir haben diese Strategie nun auch schon einmal ausprobiert. Jetzt wollen wir unsere Erkenntnisse zusammentragen und das Ganze mathematisch sauber formulieren und dazu auch noch ein paar Begriffe einführen. Die Ziele für dieses Video sind also, dass du die Definition des Differentialquotienten kennenlernst und dass du dich mit den Begriffen differenzierbar und Ableitung von f an der Stelle x0 vertraut machst. Als allererstes führen wir nun eine besonders handliche Notation ein und zwar für die Steigung der Tangente von f an der Stelle x0 schreiben wir ab jetzt einfach kurz f' von x0. In den vorigen Videos haben wir uns ja überlegt, wie wir die Steigung so einer Tangente berechnen können und sind dabei zu dem Schluss gekommen, dass wir uns anschauen müssen, welchem Wert sich die Steigungen solcher Sekanten annähern, wenn der Punkt b hier ganz nahe an den Punkt a heranrutscht. Das haben wir dann symbolisch so festhalten können und zwar als Grenzwert für h gegen 0 dieses Differenzenquotienten hier. Und diesen Grenzwert, den bezeichnen wir als Differentialquotient. Und dieser Differentialquotient misst nun die lokale Änderungsrate von f an der Stelle x0. Zur Erinnerung und ein bisschen als Kontrast, ein Differenzenquotient misst die mittlere Änderungsrate in einem Intervall. Der Differentialquotient kann jetzt mehr, der kann die lokale Änderungsrate an einer Stelle messen. Wir sagen auch, f ist dann differenzierbar an der Stelle x0 und f' von x0 bezeichnen wir auch als Ableitung von f an der Stelle x0. All das sind sehr wichtige Begriffe und es ist wichtig, dass du weißt, was da dahinter steckt. Und nun noch ein letztes wichtiges Detail. Dieser Grenzwert existiert nicht immer. Ich habe jetzt die ganze Zeit dazu gesagt, dass wir schöne Funktionen betrachten. Wenn ich schön gesagt habe, habe ich gemeint differenzierbar. Es gibt Funktionen, die sind nicht differenzierbar oder zumindest an manchen Stellen nicht differenzierbar. Solche Funktionen werden wir uns dann in einem späteren Video anschauen und dann werden wir erkennen, was passieren kann, sodass dieser Grenzwert nicht existiert. Aber wie gesagt, dazu später mehr.